Hört, dass ihr Herz jetzt frei wird. Ein freies Herz, ein freies Herz, ein freies Herz im Namen Jesus Christus. Ein freies Herz. Diese Schmerzen im Herz verlässt sie jetzt. Ich breche diese Schmerzen. Ich breche diese Schmerzen. Ich breche diese Schmerzen. Im Namen Jesus Christus. Alles, was dein Feind in dein Herz geschossen hat, mein Leben ist jetzt raus. Komplett raus im Namen Jesus. Komplett raus im Namen Jesus Christus. Ich befreie sie von jeder Art der Gefangenschaft. Samuel, der Führer, der in der Nacht und Zeit gefangen geworden hatte, ich stimme sie dann raus. Raus aus der familierischen Gefangenschaft im Namen Jesus Christus. Das ist so einfach. Freiheit komplett. Das wert des Kreuzes war dein Zufall. Im Namen Jesus Christus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich möchte, der Herr, ihr Herz berührt. Wie die Schmerzen, die Frau ist in der Hand. In der Hand. In der Hand. Danke Jesus Christus. Danke Jesus. Danke Jesus. Untertitelung des ZDF, 2020